Was kann man machen, wenn der USB-Stick nicht mehr erkannt wird, wenn es da keinen Laufwerksbuchstaben gibt? Dann kann es sein, dass der USB-Stick defekt ist, aber das ist meistens nicht der Fall. Meistens gibt es eine ganz einfache Lösung für diese Probleme mit USB-Sticks. Kann man mit Windows eigenen Bordmitteln prüfen und reparieren und so wieder hinbekommen, dass man an seine Daten rankommt. Bei größeren Problemen kann man die Daten von so einem USB-Stick auch wieder rekonstruieren. Gibt es eine spezielle Software für, zeige ich mal in diesem Video. Wenn der USB-Stick gestern noch funktioniert hat und heute nicht mehr, dann ist das meistens eine ganz einfache Ursache. Da bekommt der USB-Stick dann unter Windows 11 oder Windows 10 keinen Laufwerksbuchstaben. Dann ist da eventuell ein unbekanntes oder überhaupt kein File-Stim drauf oder mehr drauf. Es kann sein, dass die Partition defekt ist. Kann man reparieren. Im Idealfall steckt man den USB-Stick in den Rechner rein und man hört dann das typische Geräusch bei Windows 10 und bei Windows 11. Ich kriege dann eben das entsprechend auch angezeigt, dass ein USB-Stick reingesteckt wurde. Und dann habe ich automatisch auch einen Laufwerksbuchstaben wie hier zu sehen. Mein USB-Stick, den ich hier reingesteckt habe, der hat Laufwerksbuchstaben D bekommen. Hier unten ist er auch zu sehen. Samsung USB D. Kann ich auch direkt auf die Dateien zugreifen, die hier drauf sind. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann sollte man auf jeden Fall zuerst mal im Geräte-Manager prüfen, ob der USB-Stick überhaupt erkannt wurde. Tippt man hier unten einfach Geräte-Manager oder Geräte ein, kriegt das hier vorgeschlagen. Und viele sagen da mit Sicherheit, oh, das kenne ich noch von früher von Windows. Gibt es heute immer noch, ist auch wichtiger denn je. Hier habe ich verschiedene Kategorien. Hier habe ich die USB-Controller und den USB-Stick selber, den finde ich hier oben unter dem Punkt Laufwerke. Da habe ich hier einmal die SSD, die eingebaute und hier ist mein Samsung USB-Stick, hier Flash Drive genannt. Und hier sieht man, hier sind keine Ausrufezeichen, hier sind keine Fragezeichen, keine gelben Ausrufezeichen, sonstige Bemerkungen. Und das funktioniert alles. Genauso muss das auch aussehen. Also hier muss alles einwandfrei sein. Einmal beim Punkt Laufwerke und einmal beim Punkt USB-Controller. Wenn euer USB-Stick hier nicht erkannt wird oder ein Ausrufezeichen hat, dann könnt ihr hier mit der rechten Maustaste draufklicken. Dann könnt ihr das Gerät deinstallieren. Dabei werden keine Daten gelöscht auf dem USB-Stick. Der wird einfach nur hier ausgetragen. Jetzt fehlt er hier, ist aber nach wie vor noch eingesteckt. Dann klickt man hier oben drauf, nach geendeter Hardware suchen und kann sich den USB-Stick nochmal neu erkennen lassen. Sieht man hier unten, der wurde wieder ordnungsgemäß erkannt. Also das wäre so der erste Schritt, den man machen könnte, wenn es hier ein Problem gibt. Wenn hier unten bei den USB-Controllern bei euch ein Problem angezeigt wird, mit irgendeinem Controller kann man den auch entfernen. Klickt man mit der rechten Maustaste drauf Gerät deinstallieren, kann es dann neu erkennen lassen. Dann installiert eben Windows den Treiber neu. Alternativ klickt man hier einfach drauf, kann eben auch Treiber aktualisieren anklicken. Und dann sucht Windows nach einem neuen Treiber für das Gerät im Internet auf den Microsoft-Servern. Und da macht es oft Sinn, wenn man da einen neuen Treiber installiert, wenn der alte Probleme bereitet. Hier sagt Windows dann, die besten Treiber für das Gerät sind bereits installiert. Und das ist auch richtig so, das funktioniert alles ganz super. Wer eben Probleme hat, kann nochmal nach Treibern suchen. Das läuft auch über das Windows-Update hier. Hier werden noch Hardware-Treiber installiert. Bei Problemen mit USB-Sticks oder USB-Laufwerken im Allgemeinen einfach hier unten in die Suche mal Festplatten eintippen. Kriegt man das hier vorgeschlagen, Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Denn darüber bekommt man auch Laufwerksbuchstaben, kann die entsprechend auch dann einstellen. Das kann man hier mal vergrößern. Da sieht man hier unten die einzelnen Datenträger, also Datenträger 0, Datenträger 1. Und das hier ist mein USB-Stick Samsung USB, heißt der hat 64 GB. Hier oben sehe ich dann die Laufwerksbuchstaben, die dazu gewiesen wurden. Hier habe ich ein Laufwerk C, hier habe ich das Laufwerk D. Das macht Windows ja automatisch. Hier ist alles okay bei diesem USB-Stick. Und hier kann ich eben auch Laufwerksbuchstaben entfernen oder Laufwerksbuchstaben zuweisen. Ich kann einfach mal hier draufklicken, Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Ich klicke auf Entfernen drauf. Und ja, das muss man hier nochmal bestätigen. Und jetzt sieht man, hier gibt es kein Laufwerksbuchstaben mehr. Das kann auch immer mal passieren, wenn man eben den USB-Stick vielleicht zu früh rauszieht oder wenn der Computer abstürzt. Hier habe ich es eben manuell gemacht. Schaue ich mir mal im Dateiexplorer an. Und tatsächlich, Laufwerksbuchstabe D ist weg. Der ganze USB-Stick ist jetzt hier weg. Ich kann auch nicht mehr auf die Dateien zugreifen. Und ich kann das mal hier ein bisschen nebenhin schieben. Und hier klicke ich eben mit der rechten Maustaste drauf. Und da habe ich eben die Möglichkeit, den Laufwerksbuchstaben und die Pfade zu ändern. Also einen Laufwerksbuchstaben wieder hinzuzufügen. Da gibt es hier eben den Knopf dazu. Kann ich mir auch einen Laufwerksbuchstaben aussuchen. Das muss ja nicht D sein. Das kann irgendein anderer sein. Ich nehme einfach mal G. Klicke auf OK. Und man sieht schon, jetzt hier unten rechts, da wurde der wieder gefunden. Hier links wieder angezeigt. Also wenn ihr einen USB-Stick reinsteckt und bekommt keinen Laufwerksbuchstaben. Der Rest funktioniert aber ganz einfach. Hier rechte Maustaste drauf. In der Datenträgerverwaltung dann Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Und dann kann man das hier einfach wieder einstellen. Dauert ja keine 10 Sekunden. Wenn so ein Laufwerksbuchstabe mal verloren geht, ist gar kein Drama. Eben einfach hier wieder hinzufügen. Und die Daten selber, die bleiben dann auch auf dem Stick drauf. Das Einzige, was eben fehlt, ist der Laufwerksbuchstabe. Das sind jetzt hier die ganzen Programme, die auf dem USB-Stick drauf sind. Die sind nach wie vor noch drauf. Auch wenn man hier den Laufwerksbuchstaben entfernt. Deshalb ist es auch wichtig, dass man so einen USB-Laufwerk korrekt auswirft. Am besten hier unten auf das Symbol klicken. Dann Flash Drive auswerfen. Aber wenn man genauer schaut, das ist eben das Laufwerk G. Man wirft eigentlich gar nicht das Flash Drive aus, sondern man hängt einfach den Laufwerksbuchstaben aus. Ich kann hier oben mal draufklicken, kann den Laufwerksbuchstaben entfernen. Klicke hier auf Entfernen. Ja, okay. Die Daten bleiben ja erhalten. Und dann gehe ich hier wieder runter. Klicke hier drauf. Und dann sehe ich nämlich, hier gibt es gar nichts mehr zum Auswerfen. Also wenn ich keinen Laufwerksbuchstaben habe, dann kann ich den Stick auch direkt rausziehen. Wenn man so einen Stick ohne Laufwerksbuchstaben wieder reinsteckt, dann bekommt man auch nicht automatisch einen, sondern muss sich hier in der Datenträgerverwaltung eben den Laufwerksbuchstaben wieder zuweisen. Das ist ganz egal, welcher PC das ist. Klicke ich auf OK. Da ist es wieder ganz einfach repariert. Ich stecke mal einen anderen USB-Stick rein. Diesen hier. Den habe ich unter Linux erstellt. Der Stick als solches. Der wird auch direkt erkannt. Sieht man hier in der Datenträgerverwaltung Datenträger 1. Der hat ungefähr so 32 GB. Steht hier dann fehlerfrei. Primäre Partition. Aber man sieht es schon, ich habe überhaupt kein Laufwerksbuchstabe zugewiesen. Das kann ich mir auch noch mal angucken. Dieser PC. Nö, hier ist kein Laufwerksbuchstabe. Ich mache das Ganze mal kleiner. Klicke mit der rechten Maustaste hier drauf. Und da sind alle Optionen ausgegraut. Außer Volume löschen. Und das möchte ich aber hier auf keinen Fall machen. Weil dieser Stick ist unter Linux erstellt. Mit Linux XFS formatiert. Und den kann Windows nicht lesen. Windows mag grundsätzlich überhaupt keine Dateisysteme von Linux. Weder XFS noch EXT. Da kann man gar nichts hier machen. Man kann das Volume löschen. Möchte man natürlich nicht. Da sind eben noch Daten drauf. Die kann ich nur unter Linux lesen. Da muss ich dann eben Linux starten. Und den Stick eventuell konvertieren. Oder auf einen anderen Stick für Windows umkopieren. Alles eben ausgegraut. Kann ich hier nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Gibt es eine Fehlermeldung? Ne, also dieser Stick ist mit Windows nicht kompatibel. Obwohl da gültige Daten drauf sind. Auswerfen brauche ich den auch nicht. Den kann ich einfach direkt rausziehen. Und kann den jetzt unter Linux eben weiterverwenden. Hier habe ich jetzt einen ganz anderen USB-Stick eingesteckt. Dieser USB-Stick, auch 32 GB, wird hier als RAW erkannt. Fehlerfrei primäre Partition. Das ist aber auch nicht ganz richtig. Den habe ich gelöscht unter Linux. Und da kommt dann dieses raus. Also wieder ein ganz anderes Verhalten. Ich klicke mit der rechten Maustaste drauf. Da habe ich jetzt hier Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern, formatieren, Volume verkleinern. Also man sieht da gar nicht, ob da irgendwelche wichtigen Daten drauf sind unter Windows. Das ist der Nachteil von Windows. Mal gucken, was passiert. Wenn ich hier draufklicke, kriege ich eine Fehlermeldung angezeigt. Wobei der Stick prinzipiell okay ist. Der wurde eben unter Linux gelöscht. Das war vorher ein NTFS-Stick und unter Linux dann einfach mal komplett leer formatiert. Hier weiß ich aber jetzt, dass da keine Daten drauf sind. Da kann ich hier Volume löschen anklicken. Okay. Dann wird eben diese Partition komplett entfernt. Das kann eine Sekunde dauern. Das kann aber auch 30 Sekunden dauern. Ganz unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Datenträger ist. Dann mache ich hier ein neues, einfaches Volume. Okay. Klicke ich hier auf Weiter. Die Größe, das ist die Maximalgröße. Und dann hat es hier ein Laufwerksbuchstaben. Kann ich mehr aussuchen. Aber auch Vorsicht hier. Windows hat Fehler. Manchmal kann man keine Laufwerksbuchstaben benutzen, die man 10 Minuten vorher schon mal benutzt hatte. Also wenn man mehrere Sticks benutzt, die eben den Laufwerksbuchstaben D, E, F haben und so weiter, dann sind die nicht mehr verfügbar. Sieht man hier auch ganz schön. Ich habe hier A, B. Macht keinen Sinn. Aber D, wie Dora, fehlt hier. Ich nehme einfach mal irgendeinen anderen, den ich noch nicht benutzt habe. K. Klicke auf Weiter. Dann wird das hier mit NTFS schnell formatiert. Da kriege ich jetzt hier die Fehlermeldung, das Volume wurde erfolgreich erstellt. Es wurde jedoch nicht formatiert. Wiederholen Sie die Formatierung mit der Aufgabe zum Formatieren. Da Windows ist da konsequent, inkonsequent. Also nichts funktioniert tatsächlich so, wie es sein sollte. Ich mache das jetzt nochmal neu. Da habe ich hier Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Da habe ich hier immer noch primäre Partitionen, aber RAW. Also muss ich es formatieren. Okay, Schnellformatierung lasse ich einfach mal weg. Jetzt wird hier FAT32 vorgeschlagen. Ich möchte es aber NTFS haben. Klicke mal auf OK. Mal schauen, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich eben Diskpart benutzen. Und das hat hier auch nicht funktioniert. Also hier brauche ich ein anderes Tool. Ist aber auch in Windows eingebaut. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das dick defekt. Ist er aber nicht. Das ist ein reines Softwareproblem. Unter Windows gibt es noch das Tool Diskpart. Das ist dieses hier. Da tippt man unten hier Diskpart ein. Kriegt das hier vorgeschlagen. Klicke ich drauf und klicke hier auf Ja. Und dann kann ich jetzt hier entsprechend den Stick löschen. Diskpart selber ist ein sehr mächtiges Tool. Und da tippe ich einfach mal ListDisk ein. Und da kann ich eben alle Laufwerke, alle Datenträger löschen. Muss man aufpassen, dass man das Richtige auch nimmt. Ich habe hier zwei Laufwerke jetzt gefunden. Datenträger 0 und 1. Und man sieht schon an der Größe der Datenträger 0. Das ist eben die SSD, wo Windows drauf läuft. Und Datenträger 1, das ist der USB-Stick. Ich muss jetzt den USB-Stick auswählen. Tippe ich hier ein. Select Disk 1, also Sell Disk 1. Drücke die Eingabetaste. Dann kann ich mir mal angucken, was da für Partitionen drauf sind. Und da ist eine drauf, aber die will ja nicht formatiert werden. Deswegen tippe ich einfach den Clean-Befehl ein. Und der gesamte Datenträger, also in diesem Fall eben der USB-Stick, wird gelöscht. Ich verschiebe das mal so ein bisschen. Und man sieht hier gleich im Hintergrund, dass das eben parallel arbeitet. Drücke die Eingabetaste. Und jetzt wird der Stick, der USB-Stick, einmal zurückgesetzt. Quasi wie Fabrik 9. Und da sieht man hier, der Datenträger wurde bereinigt. Da im Hintergrund eben nicht zugeordneter Speicher. Hier steht Wechsel Medium D. Ich kann mir das Ganze nochmal angucken. Ich klicke hier auf dieser PC. Jetzt hat es ein Laufwerk D gefunden und muss formatiert werden. Also hier ist ja keine wirkliche Partition drauf. Hier gibt es ein Reigen an Fehlermeldungen bei Windows. Darf man sich gar nicht irritieren lassen. Hier kann ich eben jetzt mit der rechten Maus das drauf auswerfen. Eigenschaften. Hier ein neues, einfaches Volume. Klicke ich hier auf Weiter und kann das Ganze hier formatieren. Okay, so möchte ich das haben. Und fertig. Ich habe jetzt hier ein Volume E. Eben stand hier noch Laufwerk D bei Datenträger 1, was relativ wenig Sinn macht. Und jetzt habe ich hier ein Volume E drauf mit NTFS. Und das wird hier richtig angezeigt. Datenträger C, Datenträger E. Ich klicke mal auf Eigenschaften. Schau mal an. Ja, USB-Laufwerk. Alles gut. Hat 32 GB. Also das hat geklappt. Das sah so ein bisschen mühselig aus. Aber so ist halt nun mal Windows nicht besonders gut in der Datenträgerverwaltung. Da ist Linux einfach besser. Aber jetzt habe ich wieder einen funktionierenden, zugreifbaren USB-Stick. Wenn ihr euch sicher seid, dass auf eurem USB-Stick noch wichtige Daten sind, die eben jetzt hier nicht gelesen werden können, dann könnt ihr versuchen, die wiederherzustellen. Das geht so wie in diesem Video gezeigt. Den Link blende ich mal ein. Finde ich auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da kann man eben mit einer Software, die man sich kostenlos runterladen kann, den Datenträger wiederherstellen. Zumindest die Daten, die dann eben noch drauf sind, dann also auf keinen Fall formatieren. Ein oft auftretendes Problem ist, dass man zwar ein Laufwerksbuchstaben bekommt, aber wenn man versucht, das hier zu öffnen, eine Fehlermeldung bekommt, dass auf das Laufwerk nicht zugegriffen werden kann, dass irgendwas mit dem Dateisystem nicht stimmt, was kann man da machen? Man öffnet eine Eingabeerforderung. Das geht ganz einfach. Da tippt man hier unten CMD ein und kann dann hier diese Eingabeerforderung öffnen. Da tippt man ein CHKDSK, also Checkdisk, dann den Laufwerksbuchstaben hier E und dann hier hinten dann F, drückt Eingabe und dann wird jetzt eben der USB-Stick oder auch die externe USB-Festplatte auf Fehler geprüft und in allermeisten Fällen kann man dann wieder auf seine Dateien zugreifen, wenn der Stick nicht effekt ist. Das ist das Ergebnis der Überprüfung. Das sieht alles gut aus. Hier steht zum Beispiel 0 KB in fehlerhaften Sektoren und so muss das auch sein. Also wenn hier eine Zahl steht, die größer ist als 0, auf jeden Fall alle Daten von dem Stick sichern und den Stick austauschen, dann hat der Stick tatsächlich einen Defekt. Ihr könnt auch zusätzlich nochmal den Parameter R angeben, dann wird eben versucht, von defekten Bereichen Daten wieder herzustellen, falls defekte Bereiche da sind. Man sieht hier auch schon, das dauert eine ganze Ecke länger und das macht wirklich Sinn, wenn man eben einen USB-Stick hat, wo wichtige Daten drauf sind. Und das kann auch immer mal wieder vorkommen, wenn irgendwo ein Rechner nicht richtig runtergefahren wird, wenn irgendwie noch Daten auf den Stick geschrieben werden. So ein USB-Stick besteht ja nicht nur aus Speicher, sondern auch aus einem Controller. Ist quasi ein eigener Computer. Wenn man da den Rechner zu schnell ausschaltet, dann gehen da tatsächlich Daten verloren. Kann man so wie jetzt hier zu sehen wiederherstellen. Wenn ihr Probleme habt, den USB-Stick zu formatieren, dass da irgendwelche Partitionen drauf sind, die nicht weggehen wollen, dann versucht mal Rufus. Mit dem Rufus-Tool kann man auch USB-Sticks einfach so formatieren, ohne da irgendwas drauf zu schreiben. Rufus könnt ihr euch hier runterladen auf der Seite tooltime.de. Einfach draufklicken. Link unten in der YouTube-Video-Beschreibung. Und hier habe ich einen USB-Stick reingesteckt. Der hat 64 GB. Das ist dieser hier. Ist Laufwerk E in diesem Fall. Und da klicke ich hier oben an. Nicht startfähig. Und ansonsten gibt es ja andere Optionen. Und hier unten drunter Partitionsschema. Entweder MBR oder GPT. Das ist wirklich super praktisch. Dateisysteme kann ich mir hier aussuchen. FAT32, NTFS, UDF, XFAT, X2, X3. Also auch Linux-Dateisysteme. Und da nehme ich mal dieses hier. Und ich gucke mir den Stick jetzt mal an. Da unten ist er eingesteckt. Der ist jetzt NTFS formatiert. Und ich klicke jetzt hier bei Rufus auf Start. Da werden natürlich alle Daten gelöscht. Und das geht hier alles super schnell. Und schon fertig. Und ich gucke mir jetzt den Stick hier unten mal an. Und tatsächlich hier steht dann jetzt XFAT. Also der Stick wurde in Sekundenschnelle von Rufus formatiert. Wenn euer USB-Stick in einigen Rechnern funktioniert, in anderen wieder nicht funktioniert, mal erkannt wird, mal nicht erkannt wird, dann kann es natürlich gut sein, dass der USB-Stick einfach defekt ist. Der sollte auf jeden Fall dann ausgetauscht werden. Dann sollte man sich weitere Formatierungsversuche ersparen. Da kann man nichts wieder sozusagen gesund formatieren. Das geht dann nicht. Also einmal ein USB-Stick, der defekt ist. Der ist dann immer defekt. Einfach entsorgen. Das gilt auch dann, wenn der USB-Stick langsamer wird im Laufe der Zeit. Also wenn ihr euch einen USB-Stick gekauft habt, der irgendwann mal schnell war und immer langsamer wurde und immer langsamer wird, dann auf jeden Fall überprüfen, ob der einen Defekt hat. Wahrscheinlich dann schon kann sein, dass der Speicher dann versagt. Hier gibt es ein Video. Ihr könnt eure USB-Sticks jetzt alle entsorgen. Einfach mal schauen. Da sieht man, was es für Geschwindigkeiten sind. Was normal ist oder was nicht normal ist. Wenn ihr Probleme habt mit eurem USB-Stick, mit euren Partitionen auf dem USB-Stick, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Antwort ich gerne drauf. Andere Zuschauer mit Sicherheit auch, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Guckt mal unten in der YouTube-Video-Beschreibung. Da gibt es noch Tipps und Tricks und die Links zur Seite Tooltime.de und zur Seite Tooltime.pedia. Das ist die Seite Tooltime.de. Da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite Tooltime.pedia. Das ist diese hier. Tooltime.pedia ist ein Hardware-Archiv und Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.